hallo und schön dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen ausgabe von of tv wochenupdate auch heute gibt es wieder einen kleinen whatsapp tipp letzte woche hatten wir das thema fotos versenden ohne in whatsapp reinzugehen für alle ios nutzer ja das gleiche will ich natürlich auch noch mal für android erklären auch hier ist es relativ einfach gehalten du gehst in deine galerie suchst dir das bild aus was du versenden möchtest unten gibt es dann eine art teilen symbol sieht ein bisschen anders aus ich würde es nicht als pfeil bezeichnen da klickst du einmal drauf dann erscheint schon das whatsapp symbol im whatsapp kannst du dir deinen kontakt an denen das bild gehen soll aussuchen und nachdem du dann dem ganzen eine bild über oder unterschrift gegeben hast kannst du es auf die reise schicken schön dass du heute wieder mit dabei warst wir freuen uns schon auf die nächste folge bleibt dran und bis bald